In der näheren Vergangenheit war ich zu Anker Powerbanks relativ hart im Test. Vor allen Dingen zu den Einsteiger- und Mittelklasse-Modellen. Die High-End-Powerbanks von Anker sind sehr, sehr gut. Vor allen Dingen die Anker 737 ist auch aus Sicht der Preis-Leistung absolut in Ordnung. Allerdings die Einsteigermodelle bis hin zur Mittelklasse waren so semi-gut. Es waren in der Regel keine schlechten Powerbanks, aber sie waren halt oftmals relativ teuer dafür, was sie geboten haben. Nun hat Anker aber ein neues Modell auf den Markt gebracht und zwar die A1383. Und das ist dieses gute Stück. Diese Powerbank zeichnet sich durch eine Kapazität von 20.000 mAh, einem integrierten USB-C-Kabel bis zu 87 Watt Ausgangsleistung aus. Das klingt im ersten Moment auch gar nicht übel, aber das Beste der Preis. Denn diese Powerbank bekommst du für rund 50 Euro zum Zeitpunkt dieses Videos. Was für eine Anker Powerbank mit diesen technischen Daten super ist. Wollen wir uns in diesem Testvideo einfach mal ansehen, ob die Powerbank wirklich so gut ist, wie sie auf den ersten Blick aussieht. Diese Powerbank tanzt bei Anker so ein wenig aus der Reihe, würde ich sagen. So ist die Designsprache untypisch für Anker. Also sie sieht ein bisschen deplatziert aus, würde ich sagen. Wir haben zwar dieses kleine Hochglanzfenster, unter welchem eine LED-Anzeige integriert ist, welche dir den Akkustand in Prozent anzeigt. Aber ansonsten ist das eine, ja ich würde sagen vom Material und von der Verarbeitung, eine recht basic Powerbank. Da sind die anderen Ankermodelle, hier beispielsweise diese hier, wirken im direkten Vergleich schon etwas hochwertig, etwas edler. Allerdings ist das für mich jetzt in Ordnung, denn ja, es spiegelt sich immerhin im Preis wieder. Aber generell, Verarbeitungsqualität ist stabil, massiv. Die Powerbank fühlt sich gut an, also da können wir jetzt nicht meckern. Aber Materialwahl ist halt etwas einfacher. Größe und Gewicht, Gewicht liegt bei 431 Gramm, geht, würde ich sagen, in Ordnung für eine Powerbank mit 20.000 mAh und einer Ausgangsleistung von bis zu 87 Watt. Also ist jetzt keine winzige Powerbank, ist aber auch kein Riesenklotz für die beworbene Leistung. Ganz spannend bei dieser ist vor allen Dingen, dass hier an der Seite integrierte Ladekabel. Das finde ich super praktisch. Wie oft hat man es, dass man schnell irgendwie, oh ich habe vergessen mein Handy zu laden und man sucht irgendwie noch schnell Powerbank zurecht. Und dann, ja braucht man Ladekabel und das Ladekabel, das man hat, ist, was weiß ich, einen Meter oder zwei lang. Und dann läuft man in der Tasche rum mit einem dicken Kabel. Ne, da brauchst du dir hier keine Sorgen machen, denn wir haben ein Ladekabel integriert. Die Powerbank finde ich super, ist ein tolles Feature, wie ich finde. Vor allem, da dieses Ladekabel auch richtig viel Leistung hat. Prinzipiell, sagt Anker, hat diese Powerbank bis zu 87 Watt. Das ist allerdings bei der Nutzung von mehreren Ports gleichzeitig. Die beiden USB-C-Ports können prinzipiell alleine jeweils 65 Watt liefern. 65 Watt ist alles andere als wenig. Das ist eine recht ordentliche Leistung nach dem USB-Power-Delivery-Standard. Entsprechend ist diese Powerbank ja durchaus auch für größere Geräte, wie beispielsweise 13 Zoll Notebooks, Tablets, Nintendo Switch, Steam Deck und so weiter gut geeignet. Und das können wir uns auch mal ganz kurz ansehen. Ich habe hier meinen altbekannten USB-Power-Delivery-Trigger und wir gehen jetzt einfach mal an das USB-C-Kabel, welches die exakt gleiche Leistung liefert wie der USB-C-Port auf der Oberseite. Und da kannst du es vielleicht sehen. Wir haben hier die üblichen Leistungsschufen. 5 Volt, 3 Ampere, 9 Volt, 3 Ampere, 12 Volt, 3 Ampere, 15 Volt, 3 Ampere, 20 Volt, 3,25 Ampere. 20 mal 3,25 sind 65, 65 Watt. Allerdings hast du hier, ja, wir kommen wieder auf das PPS-Thema zu sprechen, auch gesehen, da haben wir noch eine Leistungsstufe darunter. Und zwar 3,3 bis 11 Volt bei bis zu 4 Ampere. Das ist die PPS-Stufe. PPS steht für Programmable Power Supply. Das bedeutet, diese Powerbank kann in dem Bereich 3,3 bis 11 Volt eine beliebige Spannung ausgeben. Wenn dein Smartphone sagt, ich brauche gerade zum Optimalladen 8 Volt, 8,1 Volt oder will die Spannung während des Ladevorgangs verändern, dann ist dies dank PPS möglich. Nicht alle Smartphones nutzen PPS. Beispielsweise hast du Apple-Geräte, dann kann dir PPS völlig egal sein. Diese nutzen das nicht. Aber wenn du ein Samsung Galaxy Smartphone hast, vor allen Dingen ein S24 Ultra oder sowas, ein größeres Samsung, dann ist PPS sehr, sehr wichtig, um das volle Ladetempo zu erzielen. Wir können uns das Ganze auch einmal in der Praxis ansehen. Ich habe jetzt hier beispielsweise das Samsung Galaxy S24 Ultra angeschlossen, welches PPS relativ deutlich nutzt. Du kannst hier auf den obersten Wert schauen, das ist die Spannung. Und du kannst sehen, ja, das S24 Ultra schwankt jetzt hier gerade mit der Spannung. Das heißt, die Powerbank liefert nach Anfrage des Smartphones eine andere Spannung als diese fest vorgegebenen 5 Volt, 9 Volt, 12 Volt Stufen und so weiter. Das nutzt das S24 Ultra zum optimalen Laden, so ist zumindest der Werbespruch von Samsung. Und du kannst gerade sehen, wir haben uns hier auf 8,9 Volt und 4 Ampere eingependelt. Das, was halt diese Powerbank liefern sollte, PPS Stufe bis zu 4 Ampere. Das ist ein großer Pluspunkt und auch gleichzeitig ein kleiner Minuspunkt. Warum? PPS ist völlig optional. Eine Powerbank muss kein PPS unterstützen, dann würde hier das S24 Ultra signifikant langsamer laden. PPS ist halt komplett optional. Bis 4 Ampere, eine bis 4 Ampere Stufe ist auch schon gut, würde ich sagen. Allerdings kannst du sehen, das S24 Ultra legt jetzt hier nur mit 36, irgendwas Watt, könnte aber theoretisch mit bis zu 45 Watt laden. Das tut es aber nicht, weil unsere PPS Stufe hier in Anführungszeichen nur bis 4 Ampere geht. Würde die PPS Stufe bis 5 Ampere gehen, würde das S24 Ultra noch einen Ticken schneller laden. Und erneut, wenn du jetzt einen Google Pixel, einen Apple iPhone oder sowas hast, kann dir das völlig egal sein. Da haben wir 65 Watt, das passt, das haut hin. Da brauchst du dir keine Sorgen, dann kriegen wir auch das volle Ladetempo. Wenn du jetzt hier einen iPhone dran anschließt, ja, wie gesagt, kriegst du volle Ladetempo. Ist jetzt hier nur so eine kleine Erwähnung wert, dass wir hier eine bis 4 Ampere PPS Stufe haben. Was nicht übel ist, was aber auch nicht perfekt ist, denn theoretisch wären 3,3 bis 11 Volt bei bis zu 5 Ampere bei einer Powerbank, die prinzipiell bis zu 65 Watt liefern kann, möglich. 11 mal 5 Ampere sind 55 Watt, wäre also theoretisch möglich. Allerdings hat das Anker jetzt hier halt nicht eingebaut. Aber so wie es ist, würde ich sagen, ist schon in Ordnung. Prinzipiell kannst du bei dieser Powerbank sowohl das USB-C-Kabel wie auch den USB-C-Ausgang an der Powerbank selbst gleichzeitig nutzen. Allerdings haben wir hier eine relativ deutliche Drosselung auf 60 plus 27 Watt. Dazu später mehr. Hinzu kommt bei dieser Powerbank natürlich auch noch der USB-A-Port. Ich finde es immer gut, wenn auch ein Powerbank oder ein Ladegerät noch zusätzlich einen USB-A-Port hat. Braucht man ab und an schon mal. Dieser bietet prinzipiell bis zu 18 Watt nach Quick Charge. Üblichen Leistungstufen, 5 Volt, 3 Ampere, 9 Volt, 2 Ampere, 12 Volt, 1,5 Ampere. Wie aber auch 22,5 Watt Laden nach. Ja, es müsste Huawei Supercharge-artiges sein. Mit 10 Volt, 2,25 Ampere. Ja gut, besser haben als brauchen. Sprechen wir an dieser Stelle noch etwas detaillierter darüber, was passiert, wenn wir beide Anschlüsse der Powerbank gleichzeitig nutzen. So habe ich das jetzt hier einfach mal simuliert mit meinen USB-Power-Deliver-Triggern. Und ich hoffe, der Fokus lässt mich nicht im Stich. Du wirst sehen können. Zunächst der USB-C-Port, also hier, den ich mit einem gesonderten Kabel verbunden habe, ist auf 60 Watt, also maximal 20 Volt, 3 Ampere heruntergedrosselt. Während der, das integrierte USB-C-Kabel, der hier, eine Leistung von maximal, also 5 Volt, 3 Ampere und 9 Volt, 3 Ampere hat, also 27 Watt. Wenn wir jetzt zusammenrechnen, 60 über den Port, 27 hier, kommen wir auf 87 und das ist dann halt die 87 Watt maximale Ausgangsleistung dieser Powerbank. Merk dir, im Zweifel hat dieser Port, der integrierte Port, immer mehr Leistung als das Kabel, wenn du mehrere Geräte gleichzeitig an dieser Powerbank lädst. Um Powerbanks zu testen, nutze ich unter anderem solch eine elektronische Last. Ich habe die jetzt hier so ein bisschen schräg hingestellt, damit du besser hier sehen kannst, was hier vor sich geht. Denn mit dieser kann ich die Powerbank, beziehungsweise allgemein Powerbanks und Ladegeräte, mit einem konstanten Tempo bei einer von mir gewählten Spannung entladen. Und du kannst sehen, ich habe jetzt hier beispielsweise die 20 Volt Stufe ausgelöst und entlade die Powerbank gerade mit 3,2 Ampere, also plus minus im vollen Tempo, kannst gerade sehen, die Powerbank liefert 64 Watt. Und das hat bei mir im Test auch wunderbar geklappt. Die Powerbank hatte beim Entladen keinerlei Temperaturprobleme, Drosselung oder ähnliches, sondern kann konstant diese 65 beziehungsweise 60 Watt, je nach Gerät, voll liefern. Damit ist die Powerbank aus meiner Sicht auch für Notebooks und andere größere Geräte durchaus geeignet. Mithilfe dieses Setups messe ich auch die Kapazität einer Powerbank. So gibt Anker hier zwar eine Kapazität von 20.000 mAh an, aber in der Praxis liegt diese bei Powerbanks immer niedriger als bei der Herstellerangabe. Warum? Die Herstellerangabe bezieht sich auf die im Inneren verbauten Akkuzellen. Das heißt, wir werden hier höchstwahrscheinlich 20.000 mAh Akkuzellen verbaut haben. Aber beim Entladen, durch das Wandeln der Spannung, durch andere interne Prozesse, lassen sich niemals 100% der Kapazität nutzen. Das gilt auch für diese Powerbank. So kam ich hier auf ein Ergebnis zwischen 16.708 mAh im schlechtesten Fall und 17.834 mAh im besten Fall. Das ist eine Spanne von 84 bis 87% der Herstellerangabe. Das ist ein, ja ich würde sagen, sehr solider Wert. 80 bis 90%. Echte nutzbare Kapazität ist so, ja ich würde sagen, durchschnittliches Ergebnis für eine aktuelle Powerbank. Okay, die Powerbank ist nun leer. Wie schnell geht das Aufladen? Laut Anker prinzipiell auch mit bis zu 65 Watt. Hier habe ich im Test aber ein paar interessante Ergebnisse gesehen. Ich blende dir die Diagramme ein, da kannst du sehen, okay Powerbank lädt zunächst mit plus minus 60 Watt, dann sinkt das Ladetempo plötzlich, dann steigt es wieder auf 63 an und dann, ja fällt es halt zum Ende des Ladevorgangs hin ab. Das sagt mir, ich habe extra diesen Test auch zweimal wiederholt, sagt mir, dass die Powerbank möglicherweise beim Laden ein wenig Hitzeprobleme hat, dass sie überhitzt und deswegen das Ladetempo dann ein bisschen drosselt. Kein Weltuntergang, solange sie halt, ja das Ladetempo dann drosselt und sich dann halt gut verhält, ist das in Ordnung. Zumal die Ladedauer mit einer Stunde und 38 Minuten von 0 auf 100 fantastisch ist. Also das ist für eine Powerbank der 20.000 mAh Klasse für 50 Euro ein Spitzenergebnis. Also da ist überhaupt nichts dran zu meckern. Super gemacht, Anker lobt dafür, auch wenn es möglicherweise Temperaturprobleme geben könnte. Also im Sommer kann es sein, dass der Ladevorgang vielleicht dann sogar noch etwas länger dauert, aber eine Stunde 38, ja, ist spitze. Kommen wir damit auch zum Fazit. Ich denke, dies ist tatsächlich eine der am meisten zu empfehlenden Anker-Powerbanks derzeit auf dem Markt. Warum? Klar, Anker hat technisch gesehen bessere Powerbanks noch im Sortiment. Aber Preis-Leistung ist diese Powerbank tatsächlich sehr, sehr stark. Wir haben hier eine 20.000 mAh Powerbank mit 65 Watt USB-C Ausgang, dem integrierten Ladekabel, einem super schnellen Aufladen, 0 auf 100 in einer Stunde und 38 Minuten, einer bis 4 Ampere PPS Stufe und ja, generell eine tadellose Powerbank für 50 Euro. Klar, logisch. Es gibt immer noch Powerbanks, die günstiger sind und dabei gleich gut oder besser. Hier sie beispielsweise das Modell von Inyo mit 25.000 mAh und 100 Watt USB-C Ausgang. Aber für ein Anker-Markenmodell, und wir können es ja nicht anders sagen, Anker ist mittlerweile eine Premium-Marke, ist das ein super fairer Preis. Wie gesagt, geht noch ein bisschen besser, aber ich denke halt für um die 50 Euro ist das hier schon eine starke Powerbank, gerade wenn du so ein bisschen im Apple-Ökosystem bist. Wenn du jetzt natürlich ein S24 Ultra hast, da gibt es vielleicht hier die Inyo aufgrund des noch höheren Ladetempos, vielleicht noch eine bessere Wahl, aber prinzipiell bin ich hier mit der A1383 von Anker sehr, sehr zufrieden. Sicherlich, wie gesagt, nicht die luxuriöseste Powerbank von Anker, aber aus Sicht der Preis-Leistung eine der besten. Alternativ, ja, die nächst bessere Stufe wäre jetzt hier beispielsweise das Anker 737, aber die kostet dann schon um die 100 Euro, ist aber dann halt mit 140 Watt Leistung auch schon ein signifikanter Sprung. Aber suchst du was in der Mittelklasse, super Powerbank, aus meiner Sicht absolut empfehlenswert.